Jo Leute und Willkommen zu einer neuen Runde, keine Ahnung was, auf jeden Fall habe ich nur ein kleines Thema zu sprechen, ich brauche ein neues Intro, wollte ich nur sagen, ich bin hier übrigens auf meinem Server und der öffnet dann auch bald wieder und ja, ich brauche ein neues Intro, ich werde euch echt dankbar, wenn ihr mir ein neues Intro machen könntet, ja, kurze Fakten, wie soll das Intro aussehen, ich werde euch ein Intro, dem Intro Song, werde ich euch in die Beschreibung packen und dann werden, wird die Community mit mir zusammen entscheiden, welches Intro gewinnt, wenn es mehrere Leute gibt, die mir ein Intro machen wollen, dann schreibt bitte unter dem Hashtag, Hashtag Bunny Intro, also Bunny Minus Intro, in die Videotitel, ich werde das dann filtern und dann werden wir sehen, was dabei rausgekommen ist und ich werde dann mal gucken, welches Intro mir dir dann so am besten gefällt und welches euch so am besten gefällt, weil ihr seid natürlich auch ein Teil von Bunny HD, ihr seid natürlich die Community und ich bin da euch wirklich echt dankbar für 20.000 Videoaufrufe und fast 200 Dokumenten und ja, dieses Intro sollte so ein kleines Dubstep Intro sein, Dubstep Minecraft Intro, wenn wir es uns machen können, wäre ich euch echt sehr, sehr, sehr dankbar und ja, ich würde sagen, das war es auch schon für dieses kleine Video, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, tschö, mädö!